Uli ist ein Visionärer. Er ist ein toller Freund. Er ist Jäger, Sammler, Denker. Es ist nicht egal, wie famous ich bin, er ist der Maker. Er ist der most respectful Chinese artist, collector und mentor der contemporary Chinese Artists. Er ist ein brudelnder Vulkan. Er wirkt da so ruhig, aber hat ein hohes Aktivitätslevel. Uli Sigg brachte Technologie, die man in China zu jener Zeit wirklich dringend brauchte. Und ich habe alles an das gesetzt. Erstens Joint Venture und Modellcharakter. Der Bundesrat Gotti fragte, ob wir Botschafter sind in China. Und ich dachte, wieso China? Ich wollte unbedingt einen anderen Zugang zur chinesischen Realität. und den habe ich mir versprochen von der zeitgenössischen chinesischen Kunst. Ich war immer noch ein bisschen von der Artists. Ich war immer noch ein paar Jahre. Ich war immer noch ein paar Jahre. Art exist in another corner of the world and what's that art look like. Wu Li had said that one day my collection should go back to China. So I contacted him. So I contacted him.